Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, die letzte Aufnahme-Folge musste ich leider sehr abrupt abbrechen, das tut mir wirklich sehr leid. Ihr habt es ja gehört, das Telefon, und ich hoffe, dass man es in der Aufnahme nicht zu laut gehört hat, also dass es nicht übersteuert ist. Ich habe mich beeilt, wollte natürlich immer noch was zum Schluss sagen, aber das ist natürlich sehr schwierig, wenn man ins Telefon gehen muss. Deshalb tut mir leid, wenn ich da so abrupt weg war, aber ihr könnt es bestimmt verstehen. So, und wir versuchen, diese scheiß Kiste jetzt gerade hinzusetzen. Wobei ich sogar Angst habe, dass die jetzt auf der anderen steht. Aber weißt du was, das ist mir irgendwie egal. Irgendwie ist mir das egal. So, ich sag mal, wir packen, wir werden auf jeden Fall mehr Kisten machen. Also, in die Kiste wird all das Zeug kommen, was wir auf Reserve nehmen. Also, wie Seeds. Perlen. Hier war noch eben irgendwas direkt vor meiner Schnauze. Ist der Vogel in unserem Haus gestartet, oder was? Oder bin ich jetzt, oder ist der hier drüber geflogen? Ich weiß es nicht. Manchmal fehlen mir einfach die Worte hier. Das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Das ist ja alles jetzt die gleiche Reihenfolge wie eben sein. So, sowas kommt hier alles rein. Öl würde ich hier gerne noch... Ach genau, hier der Water Skin, den kann ich da auch mal direkt reinpacken. Wir haben wieder vier Narco Berries, was nix ist. Aber dafür kann die Kleine hier hochleveln. Und ich gehe mal wieder auf Movement Speed. Auch wenn wir mit ihr nicht rumziehen, irgendwann werden wir umziehen. Und dann wird es uns auf jeden Fall gut getan haben, dass wir da rein investiert haben. Aufnahme läuft noch, das ist schön. Ja. Mayo Berries. Mayo Berries. Du da draußen hast gar keine Mayo Berries, ne? Kollege. Doch, das ist Mayo Berries. Auch Movement Speed. Ihn wollten wir eigentlich für unterwegs mitnehmen, ne? Und dann haben wir doch eben den Parer mitgenommen. Eigentlich dumm, aber... I don't know. I don't care because I play like I want. I don't know why I'm talking English because I'm English was very bad. And not bad and breakfast, it's bad. Ups, wollte ich gar nicht... Wie schön man da immer runterfliegt. Okay, sind wirklich nur noch Bären dran. Dann setzen wir mal auf und ziehen wieder in diese Richtung Holzfällen, würde ich sagen. Wobei ich Angst habe, dass wir irgendwie angegriffen werden. Eben, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwo Wasser lauert da drüben und einfach nur drauf wartet, uns gleich zu verschlingen. Es sind bestimmt die zwei Dodos hier, die planen schon. Die planen schon, diese Hinterhältigen. Okay, wir parken ihn nicht so weit weg, aber noch so weit, dass er nicht angegriffen werden sollte, hoffentlich. Wir sammeln, Wut und Fetch brauchen wir. So, Pau, Pau. Wobei ich glaube, wir sollten uns jetzt erst eine zweite Kiste machen, weil wir dann wirklich den einen Boden da wegreißen können. Ich weiß aber nicht, warum es uns das jetzt bringen würde, weil so wir weniger Stauraum haben. Wir sollten die Kisten schon mal bauen, wenn wir es können, aber... Klar, also wir brauchten jetzt eine dritte Kiste, ne? Habt ihr ja gemerkt. Wir sollten dann lieber erstmal die Wand da fertig bauen und alles dran bauen, was wir brauchen. Ich hoffe, dass der da nicht in unsere Axt rennt. Liebst du mich, wenn ich dich befreie? Oh. Oh, das Werkzeug kann man nichts befreien, Nick. Ich glaube, he's ducking in the trees. Aber ich habe Angst... Ich habe Angst, die Bäume zu fällen, weil ich weiß, was er uns angreifen wird. Oh, ich trage schon wieder zu viel. Oh. Seht mal, was da direkt neben unserem Parasaurus gelandet ist. Gott sei Dank ist er friedlich. Er ist ein Fleischfresser, aber er ist friedlich. Das freut mich immer sehr. Hallo. Oh, und er fliegt ausnahmsweise mal nicht weg. Immerchen hast du auch schon einen Level ab? Ne, noch nicht. Oh, wir haben ja wieder ganz gut Holz gesammelt. Sache ist, wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass Emma nicht zu viel trägt. Vor allem muss Emma ja auch noch uns tragen. Das muss man auch noch immer beachten. Ist schön und gut, wenn unser ganzes Zeug reinpasst. Aber wir wollen ja auch noch drauf reiten. Ansonsten laufen wir eben neben Emma her. Ist auch kein Problem. Aber, ähm, ich bin zweifelnd, dass wir dann recht schnell sind. Und auch je schwerer wir sind, also je mehr wir wir tragen, desto mehr muss sie auch tragen. Ihr gebt ja auch Sinn. Addiert sich ja alles. Ich hatte kurz Angst, dass das Blut irgendein Tier ist, was rüberkam und dass ich jetzt geschlagen hätte. Boah, ich bin so paranoid geworden, nachdem ich, keine Ahnung, wie oft schon gestorben bin. Das hält mich momentan noch so ein bisschen ab, tiefer ins Inland zu gehen, als wir bisher gegangen sind, oder unser Häuschen weiter zu verlassen. Einfach auf die Angst nicht mehr zurückzukehren. Klar, wir würden dann hier respawnen, aber unser Stuff, das wir dann im Inventar gesammelt hätten, wäre weg. Und die Blätter kann man einfach nicht zerlegen, das nervt. Ich hoffe, dass, äh, das Let's Play auch noch immer, immer noch unterhaltsam ist, auch wenn wir momentan einfach nicht so viel leisten. Na klar, wir haben jetzt ein paar Tiere gezähmt, ähm, wenn wir endlich mal Level 15 sind, können wir auch wieder geile Sachen, geile Sachen bauen. Aber wir sind halt die ganze Zeit hier, ähm, auf unserem kleinen Stückchen Strand und ich habe Angst, dass das langsam, den ein oder anderen langweilig wird, so nach dem Motto, ihr geht doch mal, zieht doch mal weiter, oder wir wollen eine andere Gegend sehen, oder so. Ich weiß ja nicht, wie es ankommt, ich bin ja kein Zuschauer, ich bin ja nur, ich bin ja nur Quelle. Könnte ich Emmerchen jetzt zu mir pfeifen? Ich habe nicht gepfiffen, vielleicht, weil Emma nicht in Reichweite ist? Ach, sie soll ja auch nicht followen, sie soll, äh... Okay, keine Ahnung. Vielleicht geht's auch nicht, weil sie momentan ein Reittier ist. Hallo, du. Na, du. Hast du jetzt ein Level-Up? Ja, jetzt hast du ein Level-Up. Oh, und es fängt ja an zu regnen, ihr wisst ja, wie... Äh, ich mich freue, wenn es regnet. Ich gehe mal ein bisschen auf Tragkraft. Dann können wir sie ein bisschen voller beladen, beziehungsweise kommen jetzt vielleicht sogar schon schneller nach Hause. Ihr seht schon, auch wenn wir rennen, sind wir so schnell, wie wenn wir gehen. Wir rennen gerade. Also mit Emma. Nicht wir rennen, wir sitzen oben drauf. Ich vernehme seltsame Laute. Es wird langsam alles ein wenig karger, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich das mit dem, äh, Ressourcen-Respawn ein bisschen erhöhen. Nur, ich weiß nicht, ob Bäume auch so... Also ob das da, nicht das hier, sondern, äh, Mini-Palmen da, auch mal wieder Bäume werden und wir sie einfach nur zu schnell wieder abgrasen. Ich finde es schön, dass hier so viele Parasaurus-Parasaurus-Süste sind. Oh, könnte man sich eine ganze Herde machen, aber... Einer reicht mir. Da schlachten wir lieber nochmal ein paar Dolos ab. Okay. Wir sind scheiße langsam, aber kein Problem, wir sind ja zu Hause. Ähm. Und wir können nichts kraften, weil uns Fiber fehlt. So viel Zeug gesammelt und zum guten Schluss fehlt uns das Fiber. Hier wollte ich nicht sowas reintun. Wo die Flairgarns kann ich mal da reintun, die brauchen wir momentan nicht wirklich. Äh, da ist irgendwer oben reingekommen gerade und wäscht sich die Hände. Das höre ich nämlich, weil das Wasserrohr hinter mir ist und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also denkt man sich so, ja... Kannst du aufnehmen, du bist alleine. Ist alles ruhig oben, da kommt auch keiner, der plötzlich irgendwie Wasser laufen lässt. Und dann so, fuck that shit, Wasser. Ähm. Ich hab keine Ahnung, die wollten, also meine Familie, wollten sie in die Stadt fahren. Aber anscheinend hat es in der Stadt nicht gefallen. Oder warum ist da wieder irgendwer oben die Stühle am rumschieben? Also es sind keine Einbrecher, das weiß ich. Einbrecher würden sich nicht die Hände waschen. Ähm. Glaub ich mal. So, die Einbrecher, wollt ihr es mir sagen? Äh. Ich nehm das Zeug mal. Jetzt mal, jetzt markier doch nicht die scheiß Axt, sondern markier mal die Perlen. So. Die Perlen tun wir dann hier rein. Ne, nicht da. Das ist das, was wir momentan brauchen, so. Ich tu den Flint auch mal in die andere Kiste. Ich find, ich find's auch interessant, wenn's, ähm, ähm, also bei The Elder Scrolls Online gibt's ja die Bank. Da kann man ja, ähm, Sachen reintun. Und wenn man dann halt irgendwo an einem Craftinggerät ist, ähm, kann man dann auf alle Sachen auch in der Bank zugreifen. Und das hätte ich irgendwie schon, und sowas ähnlich, ich hätte also keine Bank in dem Sinne, sondern, dass, äh, wenn wir uns im Umkreis von so und so vielen Metern um die Kiste stehen, dass man, ähm, ach, da ist ja Fiber. Wir haben ja Fiber. Nice. Ähm, dass wenn man im Umkreis von so und so vielen Metern um die Kiste steht, dass man dann, ähm, nicht das ganze Zeug aus den Kisten holen muss. Also zum Beispiel hier, hier fehlt jetzt Fetch, weil ich den ganzen Fetch in die Kiste hier gelegt habe. Ich find's schön, wenn ich jetzt einfach mich nur neben die Kiste stellen müsste und dann mit dem Fetch arbeiten könnte. Aber nee, so muss ich jedes Mal das Zeugs rumschieben, wobei ich ja meistens auch nicht alles brauche. So, wir machen ein paar Böden bauen. Ein Boden. Na gut, ein Boden ist besser als kein Boden. Oh, wir haben alle Steine rausgenommen. Vielleicht nicht so schlau, weil wir dann nichts mehr für die Steine... Doch, einen Schuss haben wir in der Steinschleife. Okay. Hm. Pupp. Das wird ne schöne Wand, wenn's mal fertig ist. Und dann... Ah, es ist so ein Acting, ne? Demolischen wir erstmal, dass wir bis wir genug... Zeugs haben, um die entstehenden Wände auch zu machen. Meine Schwester ist, glaub ich, da. Warum ist meine... Wo kommt meine Schwester denn her? Fragen über Fragen. Demnächst bei Galileo Mystery. Ähm. Prügel brauchen wir nicht. Hier. Was fehlt uns denn? Hätt's gedacht, es fehlt Wood. Aber Wood haben wir ja ganz viel in die Kiste hier doch gelegt, oder? Oder? Hier, Wood. Guck mal, hier haben wir ein bisschen Wood. Also klar, wir können, ähm... Auch jetzt hier sagen, wir gehen auf Crafty Bills. Aber man muss halt dieses ganze Zeugs rumschieben. Und das, finde ich, nervt schon was. Ähm. Ich... Weiß nicht. Soll ich schon mal Wood-Wände herstellen? Wood-Packer-Wände. Ähm. Ach, das ist, äh... Türrahmen, ne? Weißt du, was scheiß drauf. Komplette Ecke weg. Hinten hatten wir einmal was weggemacht. Und die ganzen Wände sind stehen geblieben. Und hier einfach immer so... Bäm. Wand weg. Wand weg. So, jetzt haben wir aber wirklich... Es fehlt... Was fehlt uns denn jetzt zum Kraften? Wood. Hier kein Wood. Warum muss ich bei hier kein Wood irgendwie an... Im Westen nichts Neues denken? Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, warum es da geht. Aber irgendwie... Musste ich daran denken. Ne, uns fehlt... Uns fehlt mehr als die im Lagerfeuer. Das wäre blöd. Ähm. Du bist leer, ne? Ist alles gut. Ich will doch nur dein Inventory accessen. Okay, du hast nur noch Bären. Ähm. Dann gehen wir mal ein bisschen zu Fuß los... Warum zu Fuß losgehen? Komm's. Was soll... Wir haben sie, also... Warum sollten wir zu Fuß losrennen? Da hinten ist schon wieder eine Kapsel. Das ist ganz von... Das ist ganz kapsulös. Höhöhöhöh. Ähm. Und er wedelt mit seinem Schwanz. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade etwas übersteuert habe. Zur Erwähnung, das habe ich ja hier noch nicht gesagt. Das habe ich in den anderen Let's Plays aber gesagt. Ähm. Ich habe noch keinen Popschutz... Was war das für ein komisches Geräusch? War das einfach nur vom Absattel? Ich glaube vom Absattel. Ähm. Ich habe noch keinen Popschutz für das Mikro. Also, ne. Neues Mikro. Äh. Mal gucken. Ich glaube... Werde ich es unten verlinken? Ne. Ich habe es nur in der einen Folge Payday unten verlinkt. Einfach. Äh. Weil ich da... Ähm. Am genauesten drauf eingegangen bin. Und ähm. Es ist ein Auna 900B. Und äh. Ich bin zufrieden damit. Wie gesagt, der Popschutz fehlt halt noch. Weil äh. Damit halt manchmal diese Mini-Übersteuerung... In diese kurzen Übersteuerungen kommen. Zum Beispiel bei Buchstaben, wo man... Wo manche Menschen bei Spucken, wie sie... Zum Beispiel P. Oder B. Irgendwie solche Ausdrücke. Also P, B. Da habe ich das meistens, was ich damit übersteuert habe. Oder auch öfter mal, wenn ich lache. Kann man eine Wand herstellen. Okay. Wir haben... Wir haben eine Wand hergestellt. Ich glaube, das war nur der Dicke, der da gelandet ist, ne? Schleppen wir einfach mal so eine Wand mit uns, ne? Kann man mal machen. Und ähm... Aufnahmetechnisch wollte ich ja auch was ändern. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Weil jetzt will ich eigentlich gleich auch wieder hochgehen und gucken, warum... Besagte Person XY... Also... Ich glaube, es ist meine Schwester. Meine ich jetzt meine Stimme. Die Schwester. Die Stimme meiner Schwester. Mach Platz. Hier kommt der Landvogt. Äh... Keine Ahnung. Es sah wirklich so aus. Er grät so. Und ich gebe erseite. Und äh... Er stolziert entlang. Ähm... Finde ich immer interessant. Ich wusste gar nicht, dass die so zahm sind. Ich dachte, die fliegen bei... Ich dachte, die wären immer weggeflogen, weil wir zu nah gekommen sind. Aber anscheinend... Fliegen die nur weg, wenn man sie angreift. Apropos angreifen. Ich hoffe, dass der nicht in unsere Richtung läuft. Und mit dem werden wir uns nicht anlegen können. Allein schon, weil wir keine Feilungspurgen haben. Ist er weggeflogen? Ich hoffe, es will ihn. Ne, da ist er. Ich habe dieses... Dieses Zirpen, ne? Was so ein bisschen wie... Ähm... Ne? Das Zirpen von Grillen klingt. Ähm... Ich glaube, das ist... Das ist tatsächlich der Flieger da drüben, ne? Und ich kann es sein, dass ich das ganze Material von der Kiste mitgenommen habe. Wie zum Beispiel Fiber. Ich bin ein Held, ein verdammter Held. Darum... Rode ich den Strand, den Strand, den Strand... Aber... Ich... Ähm... Hat er vom... Er hat ja letzte Folge angesprochen. Ähm... Dass ich... Dass ich Angst habe, dass... Irgendwer... Ähm... Das ist ja immer wieder was Neues. Also... So ist es ja nicht. Oder wir sterben in Kälte, weil wir dumm sind. Okay, ich nehme den Baum hier noch mit und dann gehe ich mal wieder zurück zum Fahrer. Ich weiß nicht mit dem ganzen Kram, was wir ihm aufgeladen haben, wie viel er noch tragen kann. Ja, komm. Hier drauf und dann ist er jetzt auch schon fast voll. Und da habe ich aus Versehen RT gedrückt, weil ich damit Gas geben wollte. Ich wollte gerade mit RT Gas geben, als hätte ich einen Rennwagen hier. Ja, aus der Bahn, aus der Bahn! Okay. Äh... Wir stecken tatsächlich fest. Weg da! Entschuldigung. Ich habe gerade Angst, dass das voll übersteuert hat. Wie gesagt, kein Popschutz und so. Oh, hier laufen ein paar Dodos rum. Wir könnten uns eine Dodo-Farm machen, aber... Das bringt eigentlich nicht viel, außer dass die süß aussehen. Muss man mal so sagen, sie sehen süß aus, aber viel bringen, tun sie nichts. Ähm... Das lasse ich jetzt erstmal als Lieferanteneinfahrt hier so stehen. Lieferanteneinfahrt, ja. Ist ja momentan eh scheißegal, ob die Wand offen ist oder nicht. Ähm... Habe ich genug dafür? Nein, was fehlt uns? Bestimmt Fiber und Wood, ja, das ist ja alles hier drin. So, und... Dann nehmen wir mal alles, was die gute Emma zu bieten hat. Auch wenn das heißt, dass wir völlig überladen sind, dass wir uns gleich vermutlich nicht mehr bewegen können. Ja, wir können uns nicht mehr bewegen. Ähm... LB, wie viele brauchen wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Ich bezweifle, dass wir fünf hinkriegen, aber eins... Ja, wir kriegen... Wieso kriegen wir denn gerade mal eins hin? Wir haben so viel Zeugs, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Und wir bekommen angeblich nur eins von diesen Dingern hin. Lachhaft ist das. Ist das jetzt richtig? Ja, das ist richtig. Ich glaube, es passt sich den herumliegenden Objekten an. Und zwei Wände gerade mal. Alter, sind wir arm. Was fehlt uns denn? Wir haben doch so... Holz. Aber hier fehlte doch noch irgendwas anderes. Fetch vermutlich, ne? Ja, Fetch haben wir... Fetch braucht man doch bestimmt für die Wände, oder? Fetch, Fetch. Ich konnte es dir nicht sorgen. Können wir Kisten craften? Wobei... Eine kriegen wir hier auf jeden Fall hin. Bei der anderen müssten wir mal gucken, weil... Lieferanteneinfahrt. Fetch, okay. Fetch haben wir hier wahrscheinlich auch nicht rumfliegen. Nö. Gut, dann packen wir den ganzen Scheiß mal hier rein. Wir schleppen auch die ganze Zeit das Bolt-Miet rum. Das ist bestimmt lecker. Mach ich privat persönlich auch immer. Die haben auch nichts drin, ne? Hier ist so Krimskrams-Zeugs. Krimskrams- und Bauzeugs. Die Terrasse würde ich, glaube ich, sogar gerne... Aus diesen Strohdingern lassen. Irgendwie so terrassenmäßig, weißt du? Oder später aus Stein. Wobei ich wette, dass wir dann... Dass wir Wichtigeres haben als... Also Wichtigeres brauchen. Dass wir die Steine für etwas Wichtigeres brauchen als dafür. So. So wird ein Schuh draus. Und ich schaue auf die Uhr und ich sehe... Ich sehe interessante Sachen. Und zwar, dass wieder Folgenende ist. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge ARC wieder dabei. Tut mir leid, dass alles so ein bisschen chaotisch ist. Und... Äh... Ja. Es ist... Ganz normale ARC-Folge halt, ne? Ja. Auf jeden Fall danke. Und... Daumen hoch. Kommentar. Abo. Auch gerne gesehen. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Musik Musik